Ich bin Coach White, euer neuer Sportlehrer. Diaz, Diaz, Diaz. Ziemlich verbreiteter Name, da wo ihr herkommt. White, verbreiteter Name, wo Sie herkommen. Okay, rennt eine Runde. Los! Kevin Costner gibt einmal mehr den schroffen Vorzeige-Amerikaner im Fall des Dramas City of McFarland als Coach einer mittellosen Laufmannschaft. Die Disney-Produktion basiert auf einer wahren, bewegenden Geschichte und trägt glücklicherweise nicht so dick auf, wie sonst im Genre üblich. Jemand peilt uns mit einer SEMA. Notfallevakuierungsprogramm einleiten. Wir müssen Sie hier rausschaffen, Mr. President. Warten Sie! Irgendwas stimmt da nicht, Sir! Mitten in der finnischen Wildnis wird in Big Game die Air Force One abgeschossen. Der US-Präsident rettet sich und wird fortan von einem kleinen Jungen mitten im Nirgendwo vor bösen Terroristen beschützt. Klingt maßlos übertrieben? Ist es auch. Ein bisschen antiquiert ist das Ganze aber ebenso. Ganz egal, wer die Brieftasche hat, der wird umgelegt. Hier, danach suchen Sie. Ich weiß, was das öffnet. Sozialromantik extrem liefert das Drama Trash. Es erzählt von cleveren Jungs, die zwischen Dreck und Gestank einer Müllkippe in Brasilien leben. In den aussichtslosen Verhältnissen keimt Hoffnung auf, als die jungen Nachwuchsdetektive der Korruptions-Elite auf die Spur kommen. Fabian Kreuz hier die Woche Hauptstadtbüro sprechen. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ihr sollt also doch presse. Komm raus, beide. Ihn vielleicht mal ausreden lassen. Du bist so ein Arschloch! Wir schreiben, wenn das teilgegen, Fabian. Die Leute, die glauben, dass Papier nicht lübt. Eigentlich will Regisseur Christoph Hochhäusler in Die Lügen der Sieger, Medien und Gesellschaftskritik üben. Aber die etwas chaotische Geschichte um investigativen Journalismus bleibt schnell stecken. Stattdessen gerät der angebliche Thriller zur verkünstelten Kino-Hommage. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.